Hey, Internet und YouTube, zurück bei Data Island. Wir betretenen Raum und ich sehe ein mittelmäßiges automatisches Gewehr. Das aber besser ist als mein jetziges und deswegen halten wir F und sagen Dankeschön. Schwere Pistole? Brauche ich nicht. Brauche ich. Hallo? Da sind wir wieder draußen. So, was muss ich hier tun? Wo ist der rote Punkt? Die Pflanze? Was? Ich verstehe, ich muss den Computer anschauen. Oh nein, Windows! Abschutz. Ah, das tut gut. Das, okay. Hier rein. Und auf einmal sind wieder alle da. Danke für eure Hilfe. Und mittels. YouTube, go. I just, I just tried to help. I tried. It's alright, love. We're getting you out of here. Christ. What did they do to you? I just want to leave. I just want to go. Fuck her, man. Bitch sold us out. Hey, come on, man. We're a team, right? We stick together. That's exactly why she shouldn't come with us. We all could have died. She fucking lied to us. I'm not saying leave her here. Give her to the nun. Then we could head to the hotel. She made a mistake. She was trying to do the right thing. Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. I'll go look for the goddamn car. And what if she made another mistake? I don't think she should be making that one again. Niemand gehört auf eine Insel, die voll mit Zombies ist. Oh. Kapitel 8. Keine gute Tat. Ich bin wieder hier. Gib mir ein paar Fertigkeitspunkte. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch... Experience Points. Warum setzt du mich mitten auf der Straße ab? Jin. Sprich mit mir. Warum? Warum gehst du nicht in die... Das sind ja sogar schon die Fertigkeitspunkte. Und jetzt kann ich endlich das hier nehmen. Schaden mit scharfen Waffen. Plus 5 Prozent. Ah, Starkost. Minus 10. Chance auf kritische... Blablabla. Trampler-Kanonen-Unterbrechung. Engesetzt werden. Gib mir das sofort. Klingenmeister? Was ist das? Ziele schnell auf den Kopf eines Feindes am Boden und drücke Efe einen Sprungstampfer. Okay. Das ist doch das, oder? Du kannst deine Feinde sofort ausschalten, indem du sie mit einem Spezialangriff triffst. Drücke dazu gleichzeitig... Ich verstehe kein Wort. Okay. Super. Blumpt und trumpt gleichzeitig. Und was machen wir jetzt? Ah, du bist mein Lager. Was machen wir jetzt? Jin. Willst du die Pistole haben? Ich weiß es nämlich nicht. Nimm mal die... Ah Gott, ich hab dir den Alkohol gegeben. Ich brauch den Alkohol selber. Es tut mir leid, Jin. Brauche ich den Polizeiknüppel? Brauche ich nicht. Willst du den Polizeiknüppel? Du kriegst den. Und jetzt, Jin. Du bist noch immer das Lager. Ich dachte, ich könnte mit dir sprechen. Dann geh ich mal zur Kirche und du... ...bleibst hier bei den Zombies. Oh Mann, Jin. Du machst mich krank. Kein Wunder, dass die Sau... Wow. Ich bin auf die Tür gekommen. Oh mein Gott, er hat's gehört. Er hat's gehört. Er hat's gehört. Jin, steig in den Wagen. Jin. Jin. Oder geh zur Kirche. Oh no, Jin. Viel Spaß. Viel Spaß. Hast du wieder Geld? Er geht zurück, Jin, oder? Du hast nur ein Glück. Unfähiges... Moment. 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 Mir fehlt hier etwas. Haha. Die Starkstromerheide. Wo ist denn die jetzt? Ich weiß nicht, aber wo ist die? Mach hätte Schock. Starkstrom. Die war immer hier. Okay, dankeschön. Und, ähm... Ja, von mir aus, dann komm halt hierher. Besser damit fühlst. Ich werde dir jetzt noch nie jemand abgesch... Hat noch... Okay, weil ich ihm die Teile bringen muss, würdet ihr jetzt sagen, oder? Natürlich. Ich muss ihm das Werkzeug bringen. Ich bin schuld. Bloß nichts selber machen, hm? Du kriegst nichts von mir. Ich habe einen Scheißdreck gefunden. Bau dir selber welche Tools. Bitte schön. Our days are numbered on this earthly plane. But while we are here, we can still do the Lord's work. Tödliche... Bolo... Machete. Seht euch die Statistiken an, die machen möchten. Geil. Gebt mir das. Yes. Tödliche... Oh Gott, das macht mich scharf. Oh, oh. Ich bekomme einen... Wo ist die? Zeig mir das. Zeig mir das. Zeig mir das. Zeig mir das. Die habe ich jetzt. Und die will ich vergleichen mit der 424... Naja, ist jetzt nicht so der Hit, oder? Aber wenn ich die erst abgegradet habe, mein Freunde. Stufe 24. Ich bin Stufe 24. Ich kann sie... Ich bin Stufe 24. Ich bin ja schon... Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ah, ich bin da. Ausrüsten, komm. Abbrechen. Und zwar, wer kann sich verpissen von euch? Die Schockmarkkette kann sich verpissen. Und du kommst hierher. Ich seh sie zwar nicht und ich seh keinen großen Unterschied. Wow. All right. We need you back here, my friends. Soon as you can. Food and medicine is what we need most. See, no, where you brought me. Ich muss zurück. Hast du was tun? Das soll er mir persönlich sagen. Säuberen im Friedhof. Schwierig? Ich brauche keinen Vorschlag, Hammer. Ich bin in. Mach sicher, dass keine fehlere Kreatur die Sanctität dieses Platz verholt. Genau, das ist Gottes Wille. Alle töten. Wie üblich. So, wir nehmen hier mal wieder nichts raus und hier nehmen wir 75 Dollar. Sie nochmal braucht mich. Und wir graden dieses geiles Ding hier ab. Oh, ich bin dabei. Ah, ah, ah. Hier muss ich hin. Ah, okay. Tödliche. Tödliche. Das macht mich so scharf hier. Reparatur benötigt, das ist überhaupt kein Problem. Hier. Holy moly mother Jesus. Wo bist du? Upgrade. 770. Völlig wurscht. 1200. Ist mir völlig egal. Ich will dich voll haben, Baby. Ah, yes. Das sieht doch gut aus. Und modifiziere ich dich gleich. Und zwar mit YouTube. Was schlägt dir vor? Ich kann euch nicht hören. Schocker. Ich weiß noch immer nicht, was besser ist. Das muss besser sein. 400. Schauen wir auf den Preis. stark stark stark. Na ja, muss besser sein. Laut dem. Was ist das hier? Das Fleisch. Und da hältst du eine Giftwaffe. Ach so, das ist dann, wenn ich dieses Giftdingsbums hätte. Okay, ich verstehe. Was ist die Fackel? Was ist die Fackel? Die Fackel. Wieder an, dann brennt er. Ich glaube, aber Starkstrom ist besser. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube jetzt. Geil. Wollt ihr wissen, wie man Pistolmunition herstellt? Mit Metallschrott und einem Reiniger. Wieder was gelernt. Okay, es kommt nur das hier in Frage. Aber ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, das Schocker ist besser. Mit dem Brutzelding, oder? Wir brauchen diese Tools, um unsere Barrikaden zu stärken. Ich habe alle super Tools bei mir selber. Dankeschön. Und jetzt lassen wir uns das noch schnelle Action ansehen hier. Schön, sind wieder alle hier. Gott sei Dank kommt keiner auf die Idee, hier rüber zu klettern. Ist ja alles voll. Auf einmal. Oh Mann. Und wenn die Nächsten kommen, hast du wieder diesen Auftrag für mich, oder? Wow! Sieht ihr das an? Holy Moly, Jesus Christy. Ich kaufe ein Haar. Gott sei Dank. Deswegen war das schwer. Deswegen ist diese Aufgabe schwer. Auf! Holy Shit. Ich sage Holy, weil ja Gott möchte, dass ich das tue. Er spricht durch Hellen. Ha! Weckt mich. Hier ist ja auch noch einer. Komm her. Zuerst bleibt sie stehen. Noch mehr Zombies. Warum bruttelst du nicht? Warum bruttelst du nicht? Warum bruttelst du nicht? Hast du ein Glück, dass ich daneben... Ich habe mich nicht daneben. Äh... Ups... Okay... Geh weg. Er ist jetzt tot? Ist er tot? Das war 16. Halt noch unten! das ging jetzt wesentlich schneller kann es sein will ich mir das ein wartet limpt und rümmt gleichzeitig meldet sich irgend ein freiwilliger ja du du meldest dich freiwillig gott komm her ich drücke limpt und rümmt gleichzeitig das ist nicht schlecht okay wie schaut jetzt ohne unterbrechung aus keine Ahnung es geht schneller Lümmt und rümmt weg! Oh shit! Sexy! Uhuhu! Sprengt hier sogar mit Freunden okay wunderbar mittleres Medikid kauft ich äh nehm ich Okay Das macht Spaß Ah ist ja gut, ist ja gut Ist ja gut Komm! Ja! Au! Das ist super limpt und rümmt Ich versteh kein Wort was du mir sagen möchtest! Wollt ihr ein Olymp da dran? Du Marderfutzker Du Marderfutzker Ah! Was zur Hölle mach ich hier draußen? Können wir das Tor hier schließen? Ähm Als wollte ich in dich reinrutschen wie bei Bulletsdorf Ah es funktioniert so Du So Schnipp schnapp Oh mein Gott starke böse Doppelklinge 330 gib mir das Aber erst Aber erst Viel viel später oder? Eine starke und böse Doppelklinge Eine ganz böse Doppelklinge Yay! Hey du! Ach Gott du bist wieder so einer Ich hasse solche Leute wie dich! Wer ist das? Ich habe Gottes Wunsch erfüllt Hey du! Was machst du hier? Safe Zone Das... ist eine glatte Lüge Du schau... ich bring dich mal Helen Sehr gut Du bist in den Augen des Herrn Ja Gott sei Dank Hauptsache er ist stolz auf mich Gabriels Vorschlaghammer gib mir den Äh Der ist nämlich viel wert Und ich will ihn eigentlich nur weil er was wert ist Du Du Hey du Hast du Bock auf... Ne ich will nicht kaufen Hast du Bock auf... Das benutze ich nie mehr Ne das benutze ich nicht Was benutze ich denn überhaupt nicht? Das hier benutze ich Echt? Schwerer Bassverschläger Ich verkaufe den Ich verkaufe den Niemals mein Freund Niemals Und ich benutze ich doch auch nicht Also gut Dankeschön Und jetzt Wir brauchen diese Waffen, um unsere Marikäden zu stärken Gib mir den Das ist überhaupt nichts für mich Fällt so schwer Aber Ich wollte es haben Dankeschön So So what do we do? Now Es ist nie zu spät Fahre den gepanzerten Wagen mit Nahrung, Medikamenten und Waffen zur Rettungsschwimmerstation Ich verstehe 5500 Ich kann ja noch das Werkzeug holen Die Reiniger Soll ich das noch machen? Soll ich noch das Werkzeug holen? Dann gibst du eine Ruhe, oder? Dann gibst du eine Ruhe? Schatzt du dann ab? Alright, dann holen wir noch das Werkzeug, YouTube Nächstes Part, danke fürs Zusehen Macht's gut Anything will help Wie zum Beispiel 44 Dollar 41 Tschüss, YouTube Tschüss, Tschüss, Tschüss